Der GLPT steht vor der Tür. Heute in einer Woche wird der GLPT geschrieben. Alle, die dafür lernen, sind wahrscheinlich in einer ziemlich stressigen Phase, weil sie merken, dass sie vielleicht nicht genug gelernt haben, ja, nicht früh genug angefangen haben und hey, mir geht es überhaupt nicht anders. Ich schreibe zum ersten Mal den GLPT, das heißt, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was genau auf mich zukommt. Ich weiß, was ungefähr für Aufgaben dran kommen, aber viele sagen auch, dass sie enorme Probleme mit dem Zeitdruck hatten, was ich selbst noch nicht so abschätzen kann. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Prüfung für mich dann anfühlt. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern ich wollte euch nochmal einen kleinen Recap geben, womit ich jetzt am Ende gelernt habe und ja, wie es bei mir aktuell so aussieht, ob ich glaube, dass ich die Prüfung bestehe, etc., etc. Fangen wir mal an. Womit habe ich gelernt? Ja, ich habe euch ja schon diese beiden Bücher gezeigt. Einmal von der Shinkansen Master Reihe das Buch für die Leseübung und dieses Buch, was einfach nur ein Übungstest mehr oder weniger ist. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass der Leseteil, also das Leseverständnis, bei mir die größten Probleme machen könnte. Aber nachdem ich ein bisschen mit dem Buch von der Shinkansen Master Reihe geübt habe, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so mein Problem war oder ist. Was ich dann aber als nächstes unbedingt kaufen wollte, war ein Buch zur Grammatik. Denn einiges an Grammatik von dem N3-Niveau kannte ich schon, vieles aber noch nicht. Deswegen habe ich dieses Buch gekauft. Und zwar ist das von der Shri-Reihe und zwar für N3-Niveau, logischerweise. Ich habe mit diesem Buch schon mal in Japan eine Weile gelernt, um genau zu sein, ähm, ja, einen Monat oder so. Bei mir im Lernraum in der Uni hatten sie halt viele Lehrbücher, unter anderem auch dieses. Da habe ich das mal ein bisschen ausprobiert. Ich hatte mir damals eigentlich als Challenge gesetzt, dieses Buch durchzuarbeiten. Das habe ich damals nicht gemacht. Jetzt habe ich mir dieses Buch aber gekauft. Viel teurer, als ich es in Japan hätte kaufen können. Hat auch eine Weile gedauert, bis es da war. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Denn hier ist alles an Grammatik drin. Hoffe ich jedenfalls. Aber soweit ich das gesehen habe, ist es ein sehr, sehr guter Überblick. Und ich habe gemerkt, mindestens 50% kannte ich schon, konnte ich schon. Bei den anderen 50% gab es vieles, was ich verstanden habe, mithilfe dieses Buches. Was auch an sich nicht so schwer, jedenfalls für mich, war. Das waren halt Sachen, die habe ich irgendwie schon mal gehört, aber die habe ich noch nie aktiv wirklich gelernt. Und es gab so 5%, die ich halt einfach überhaupt nicht verstanden habe. Auch mithilfe dieses Buches saß ich da und dachte mir so, hä? Und wenn man an so einem Punkt ankommt, wenn man alleine lernt, ist es am besten, man sucht sich jemanden, der das weiß und der das kann und der dir das erklären kann. Und ich habe mich einfach mit einer japanischen Freundin getroffen, habe sie gefragt. Sie hat mir gesagt, hey, das heißt übersetzt einfach nur das und das. Und dann saß ich da so, ja klar, ist ja voll einfach. Also das war dann noch so das letzte I-Tüpfischchen, was ich gebraucht habe, um die Grammatik auf die Reihe zu bekommen. Das Einzige, was mir noch sehr viele Probleme bereitet, ist Keigo, also höfliches Japanisch. Da ist zum Glück beim Ende Reihe noch nicht so viel dabei, aber schon genug, um mir Probleme zu bereiten. Doch was ich jetzt gemerkt habe, was mein größtes Problem sein wird und aktuell ist und was ich auch bis nächste Woche nicht behoben kriegen werde, ja, das sind bei mir Kanji und Vokabeln. Ich kenne viele Kanji und viele Vokabeln, aber ja, ich glaube nicht genug für den N3. Ich habe mich da ein bisschen überschätzt. Das ist auch ein Problem, was ich, glaube ich, bis nächste Woche nicht mehr in den Griff bekommen werde, denn ich habe angefangen, die Kanji von N5 einmal durchzuarbeiten. Ah, welche kenne ich schon, welche sind vielleicht, naja, neu waren da keine, aber welche kann ich nicht so gut. Dann habe ich mir N4 vorgenommen, habe die durchgearbeitet, habe gemerkt, okay, da sind auch noch nicht so viele dabei, die ich nicht kenne. Und dann waren da auf einmal die Kanji für N3. Und das waren viel mehr als für N5 und N4 zusammen. Und das habe ich zeitlich einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe so viele wie möglich Kanji versucht zu lernen. Wenigstens einmal versucht, sie mir anzugucken. Welche Lesungen gibt es? Was bedeuten sie? Auch wenn ich sie nicht gelernt habe, dass ich sie irgendwo vielleicht in meinem Hinterkopf drin habe. Ich habe dazu verschiedene Kanji-Listen zur Hilfe genommen. Wobei ich, wie gesagt, N5, äh, N3 nicht mehr richtig fertig bekommen habe. Denn ich habe auch gemerkt, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn ich die Kanji einzeln lerne. Weil wenn ich die Kanji einzeln lerne, fällt es mir sehr schwer, die Lesung zu lernen. Und ich lerne die Lesung einfacher, wenn ich zum Beispiel eine Vokabel kenne und weiß, ah, dieses Wort wird mit diesem Kanji geschrieben. Und dann kann ich das viel besser mit dem Kanji verknüpfen. Deswegen habe ich mich dann versucht, auf das Vokabellernen zu fokussieren. Und dafür habe ich unterschiedliche Sachen zur Hilfe genommen. Ich habe es dann nicht mehr geschafft, mir noch ein Buch zu bestellen. Weil die Bücher, die ich bestellen wollte, werden nicht mehr rechtzeitig vor dem GLPT angekommen. Und dann hat es nicht so viel Sinn gemacht, diese Bücher zu bestellen. Deswegen habe ich mit unterschiedlichen Apps gelernt. Als erstes wäre da Memrise. Das sagt vielleicht vielen von euch etwas. Und ich habe bei Memrise an sich einen sehr guten Kurs gefunden, wo man von N5 bis N3 alle Vokabel durchgehen kann. Das Problem ist aber nur, dass man bei Memrise ja immer diese Planeten hat. Und man erst einen Planeten bearbeiten muss, bevor man dann zu den nächsten Planeten gehen darf. Und es hätte mir einfach so viel Zeit gekostet, den N5-Planet durchzuarbeiten, bevor es zu N4 und N3 hätte gehen können. Dass ich gesagt habe, okay, das ist für mich jetzt auch nicht die richtige Strategie. Weil es ist nicht so, dass ich die Vokabel von N5 nicht kann. Es ist nur so, dass es einfach sehr lange dauert, bis man die durchgearbeitet hat mit Memrise. Und Zeit hatte ich nicht. Deswegen war Memrise leider nicht meine finale Wahl. Die zweite App, mit der ich sehr viel gelernt habe, nennt sich Tango Listo. Und das ist eine sehr, sehr coole App. Die hat mir ein Bekannter empfohlen. Und ich bin so froh, dass mir diese App empfohlen wurde, denn sie ist so gut. Ihr müsst euch die App grob so vorstellen, dass es eine Sammlung von Zeitungsartikeln in Japanisch ist. Und dann habt ihr bei jedem Zeitungsartikel dran stehen, an der Seite mit einer Farbskala, wie viele Vokabeln aus N5, N4, N3, N2 oder N1 in diesem Zeitungsartikel drin sind. Und dann könnt ihr eben jeweilige Artikel auswählen, wo ihr meint, ah, okay, hier ist sehr viel von N3 zum Beispiel drin. Diesen Artikel möchte ich jetzt lesen. Man kann dann im Text auf die Wörter, die man nicht lesen kann oder die man nicht kennt, draufklicken, um sich die Lesung anzeigen zu lassen und die Übersetzung anzeigen zu lassen. Und im Nachhinein, wenn man diesen Artikel gelesen hat, kann man dann auch nochmal ein Vokabel-Review machen. Das heißt, man geht nochmal alle Vokabeln durch, die in diesem Text drin waren. Und ich finde diese App einfach super gut. Klar habe ich damit nicht alle Vokabeln gelernt, die man für N3 kennen muss. Aber ich habe einfach gemerkt, welche Vokabeln man wahrscheinlich ziemlich oft benutzt und die mir halt fehlen. Also es hat mir einfach irgendwie das Gefühl gegeben, dass es mir hilft. Ob es wirklich was gebracht hat, das wird sich dann noch zeigen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein kleines Extra-Video über diese App, weil sonst sprengt das hier den Rahmen. Und die letzte App bzw. Desktop-Anwendung, mit der ich Vokabeln gelernt habe, war Anki. Und viele von euch werden Anki kennen. Ich habe versucht, vorgefertigte Stapel für das N3-Niveau zu finden. Habe dabei einen Stapel gefunden, der auch alle fünf Niveaus abdeckt. Und ja, ich packe euch da auch nochmal ein paar Links zu Anki Listen Stapel, wie immer man es nennen will, in die Videobeschreibung. Die ich sehr gut fand und mit denen ich jetzt gelernt habe. Da habe ich es auch noch nicht geschafft, alle durchzuarbeiten. Ich bin auch der Meinung, dass ich das zeitlich einfach nicht hinbekommen werde. Weil diese Einsicht musste ich einfach machen. Trotzdem habe ich aber gemerkt, dass es mir schon geholfen hat, dass ich einfach einen besseren Überblick bekomme, welche Vokabeln brauche ich überhaupt für den N3. Und ja, ich kann, wie gesagt, nicht alle. Aber man merkt, dass es besser wird. Ich werde jetzt noch mein Bestes geben in dieser letzten Woche. So viel wie möglich Vokabeln und Kanji in meinen Kopf reinzuprügeln und Keigo zu lernen. Und entweder bestehe ich den GAPT dann oder nicht. Und habe aber mein Bestes gegeben. So viel dazu, was ich gelernt habe. Kommen wir zu dem Thema, ob ich das Gefühl habe, dass ich diese Prüfung bestehe oder nicht. Wie ihr gemerkt habt, bin ich ein bisschen, ja, interessant eingestellt zu der Prüfung, würde ich sagen. Es ist so, dass ich mir keinen Stress mache, weil ich keinen Druck habe, dass ich diese Prüfung bestehen muss. Es ist nicht so, dass ich dieses Niveau oder diese Bestätigung von dieser Prüfung für irgendwas brauche. Ich mache diese Prüfung wirklich nur für mich. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil, denn dadurch kann ich sehr gelassen an diese Prüfung rangehen. Ich meine, klar habe ich bisher sehr viel Zeit investiert. Ich habe 60 Euro dafür bezahlt, diese Prüfung zu machen, etc., etc. Aber wenn ich durchfalle, ist es nicht so, dass das für mich sehr fatale Konsequenzen hat. Die Zeit, die ich investiert habe und vor allem auch das Geld, was ich investiert habe, sind für mich eine sehr gute Motivation, um mir zu sagen, doch, ich mache jetzt noch weiter. Ich gebe jetzt nicht auf, ich lerne noch weiter. Aber es ist nicht so, dass ich mir den Stress mache, scheiße, ich habe heute nicht gelernt. Was soll ich nur machen? Also es gibt Tage, an denen ich auch mal nicht lerne. Es gibt viele Tage, an denen ich lerne. Und ich versuche aber einfach, so gelassen wie möglich zu bleiben, ohne mir jetzt unnötig Druck zu machen. Denn ich habe die Erfahrung mit Prüfung, wenn man sich sehr viel Druck macht, dann wird es nur schwieriger. Und ja, ich bin an sich ein Mensch, der relativ gut mit Prüfungen umgehen kann, der auch sehr gelassen bleiben kann, selbst wenn Druck hinter einer Prüfung steht. Und deswegen sage ich mir, entweder ich schaffe es oder halt nicht. Aktuell habe ich das Gefühl, ich könnte es schaffen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich habe auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich im Hörteil sehr viele Punkte rausholen werden kann. Was mir vielleicht dann auch diese Mindestpunktzeit zum Bestehen so ein bisschen erleichtert. Bei den Büchern, die ich benutze, sind eben auch CDs dabei, wo dann so Hörbeispiele drauf sind. Und da habe ich gemerkt, dass ich von, ich glaube, zum Beispiel so 30, 40 Aufgaben, hatte ich nur drei einzelne Teilaufgaben falsch. Und das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt. Also wenn das in der Prüfung genauso läuft, kann ich da sehr viele Punkte rausholen. Zum Bestehen, die meisten, die den Test gemacht haben oder machen wollen, werden es wissen. Man braucht beim N3-Niveau von 180 möglichen Punkten 95 Punkte zum Bestehen. Das heißt, minimal mehr als die Hälfte. Und das zweite Kriterium zum Bestehen ist, dass man in jedem Teil, also einmal Vokabeln und Grammatik, einmal Lesen, einmal Hören, in jedem dieser drei Teile braucht man mindestens 19 Punkte. Das heißt, wenn man 100 Punkte hat und trotzdem aber zum Beispiel im Grammatikteil nur 18 Punkte hat, hat man trotzdem nicht bestanden. Es zählen also zwei Kriterien dazu und die muss man erfüllen und dann hat man bestanden. Und solange ich es schaffe, in jedem einzelnen Teil mindestens 19 Punkte zu erreichen, glaube ich, dass ich die Gesamtpunktzahl von 95 Punkten irgendwie erreichen kann. Ihr merkt also, ich bin noch recht positiv eingestellt. Ich freue mich ein bisschen auf die Prüfung, da es dann einfach nächste Woche vorbei ist und ich wieder etwas mehr Freizeit habe und nicht mehr lernen muss. Es ist schon ein bisschen anstrengend, aber ja, ich blicke dem mit einem weinen und einem lachenden Auge entgegen, dass die Prüfung doch schon so nah ist. Und das ist auch wirklich alles, was ich euch heute erzählen möchte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr gut vorbereitet seid für die Prüfung oder dass es vielleicht doch noch irgendwas fehlt eigentlich. Ich wünsche allen, die diesen Test nächste Woche machen, sehr viel Erfolg. Ich hoffe für uns alle, dass die Aufgaben gnädig mit uns sind. Irgendwie werden wir das alle schon hinbekommen. Und damit verabschiede ich mich dann für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.